hey leute und willkommen zurück zu let's play ls 17 auf der map immer noch auf map sebasusum ihr wisst es ja was haben wir in der letzten folge gemacht der drescher hatte einen kleinen ballen unfall wir sind mit dem feld 49 fertig geworden mit dreschen da müssen jetzt noch die letzten ballen gepresst werden der drescher ist fleißig auf 48 der grube da müsste fast fertig sein auf der 47 ja wir müssen noch die heuballen pressen ja in der letzten folge das heu geschwadert in drei spuren das müssen wir dann auch noch machen aber erstmal werden wir schnell die strohballen hier alle pressen und dann müssen wir auch noch unser getrocknetes getreide das müssen auch mal abkippen da wird auch schon wieder fleißig produziert dann müssen wir euch mal so ich mal sagen das machen wir jetzt noch kurz wo wir auf die nächste bahn hier weiterfahren genau da wollten wir den nehmen weil der andere bisschen zu schwer lastig ist dann können wir doch einmal kurz abstellen das war natürlich auch wieder sehr intelligent oder wenig ran lassen wir uns noch stehen jetzt brauchen wir gerade nicht kommen ja der kleiner hof trecker weil wir haben festgestellt in der letzten folge ich finde den mb track zwar gut power hat er so viel feld arbeiten und transportieren aber der so schwerfällig rückwärts fahren oder große wendekreis das ist hier wenn wir unser korn jetzt die ganze zeit da rein kippen nicht vom vorteil das ist hier unser getrocknetes korn lager unser weizen lager so das passt dann können wir den gleich wieder in die halle fahren was ist was ist das denn auch das ist der verpackte ne mhm ok das machen wir gleich das stört mich echt jetzt hier steht total ungünstig ich wollte das auch noch mal schnell verkaufen so moment dieser komische wir sowieso nicht benutzen muss er da ist er verkaufen ist verkauft so die können wir hier abstellen was haben wir eigentlich ein 700er ok ein 700er ich kann mal kurz nehmen da können wir das kurz wieder aufstellen so was ist denn da äh x müsste das sein äh x oder ne n mhm äh arbeitsmodus anschalten x paletten x paletten x kriegen wir es nicht rauf kriegen wir es nicht rauf ok dann müssen wir das mal in einer nächsten oder das machen wir nachher noch erstmal nicht aus nicht aus ja wo packen wir dich denn mal wo packen wir dich denn mal wo du nicht stößt du stößt glaube ich hier nicht da fahren wir gerade nicht rein so du willst abgetankt werden das können wir jetzt natürlich machen er steht fast perfekt unser Manns lkw haben wir auch gebraucht gekauft nicht nagelneu neu hätten uns ihn gar nicht leisten können so komm her gleich sehr schön so ich wollte mir jetzt da rein fahren ja und sehr schön er macht seine letzte spur das ist auch gut so können wir mit ihm weiter loslegen zahl und los geht die gute fahrt wieviel spuren haben wir denn noch 3 4 5 6 6 spuren ah 7 ok ja gut das sind ja nur halbe spuren also sieben spuren haben wir noch so circa das schaffen wir auf jeden fall müssten wir eigentlich schaffen in dieser folge so viele ballen ne ey so viele ballen da brauchen wir erstmal wahrscheinlich demnächst keine ballen mehr dann können wir die nächste mal direkt häckseln ich weiß nicht ob das noch schon als Dünger zählt wenn man das direkter stroh aufs Feld häckselt in echt ja glaube ich schon oder müssen wir mal gucken weil wir werden weizen auf jeden fall nochmal wieder anfangen zu vielleicht dann er ist fertig genau sehr schön kannst du das schöne ist du kannst jetzt von dem feld auf das feld fahren genau das ist sehr schön ich brauche aber erst später wir brauchen als erstes den flug weil wir ja mit flügen spielen in der nächsten Saison also flügen haben wir die ganze zeit gespielt aber wir haben noch nie geflügt weil wir das vergessen haben anzustellen ja und auf drei Düngerstufen wollten wir gehen aber erst wenn wir alles einmal abgehandelt haben jetzt haben wir derzeit noch eine genau das finde ich ein bisschen langweilig deswegen machen wir auf drei Düngerstufen doch und flügen weil ich wollte eigentlich zwei Düngerstufen aber das geht irgendwie komischerweise nicht weiß nicht warum aber wir machen es einfach mal mit flügen und an drei Düngerstufen so fahren stehen bleiben so er macht weiter fertig so dann vielleicht die reihe hier mit es geht weiter sehr schön ja und dann wenn man die felder haben schon bisschen schweinefutter wenn würde ich sagen wenn die felder wenn curse play anfängt zu säen würde ich sagen dann könnten wir uns auch schon fast die ersten schweine kaufen ne dann wäre es soweit dass wir uns die ersten schweine kaufen können wir müssen auch gleich mal gucken ob wir das getreide was jetzt rauskommt wieder eine fuhre müssten wir wahrscheinlich direkt nach oben zum schweine produktion also schweinefutter produktion wieder bringen dann haben wir das auch aufgefüllt weil wir haben noch zwei maisfelder so richtig viel maiscreme auf jeden fall auch noch raus wo wir jede menge haben dann müssen wir mal gucken was wir dann danach an pflanzen weil wir brauchen ja viel schweinefutter brauchen wir ja auch nicht so extrem viel wir könnten mal soja bohnen anpflanzen oder raps dann müssten wir mal gucken was wir als nächstes anpflanzen ich würde vielleicht noch einmal sagen noch einmal vielleicht weizen vielleicht feld 6 das ist ein riesenfeld ne das ist ein riesiges feld so er zieht so seine bahn das ist sehr schön oh ein bisschen stroge liegen lassen aber ey ballen 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 hm 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 stimmt wir wollten uns auch noch für die ballen wollte ich mir dieses kleine äh diesen tunnel kaufen ach da brauchen wir auch noch wieder kohle ne den tunnel wollte ich hinter die äh Schweinemast bauen dazu muss aber auch das heuer erstmal weg oh mann oh mann oh mann fangen wir gleich die spur da einmal da die letzte dann haben wir da hinten noch ein paar spuren 3 genau so dann können wir mal die kurve fahren so und dann rum genau ist er schon wieder voll? dann gleich 89 prozent schon wieder ne der ist auch gleich wieder voll so dann fahren wir noch bis er voll ist und dann gucken wir mal zum Ofen rührs oder rührs ich weiß jetzt gar nicht mehr wie der bauer heißt der das gute schweinefutter anmischt den wir halt nur weizen bringen müssen und äh maiskörner oder mais und dann wollen wir mal gucken die vier und hundert prozent ok ja 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 mal gucken lyos bauer lyos so besuchen hier kann man verkaufen so was haben wir denn hier 40.000 liter oh weizen hier fehlt weizen dann können wir gleich weizen wieder herfahren wenn der voll ist wenn der voll ist können wir den weizen zu bauer losfahren dann können wir gar nicht mehr so viel trocknen aber getrocknetes getreide brauchen wir ja auch für die Tiere das können wir da bunkern und immer schön voll nach oben machen und wenn wir doch mal geld brauchen wenn eine große nachfrage ist können wir es immer mal rausholen da bin ich mir auch überlegen ob wir uns ein förderband tun was wir dann so reinfahren ihr wisst was ich meine da kann man auch noch mal gucken das wird auch noch richtig schön muss ich sagen so zack nächste schleife nur das war zurück zurück so und weiter geht es unsere schöne krone presse big 120 was das 120 60 glaube ich 120 80 die schlägt sich ganz schön gut und unser drescher muss ich auch sagen unser class dominator ich habe das der 118 sl er macht sich auch ganz schön gut muss ich sagen so das reicht wir haben auf der anderen seite auch noch so viel jetzt hier noch mal hoch und runter hier sind es noch drei spuren und dann würde ich sagen dann machen wir schnell das heu dass wir das auch haben ich wollte noch eine neue missgabe kaufen diese große dreier ist okay aber wollte mal die andere probieren müssen wir gleich mal sehen wenn wir sowieso zum händler fahren dann könnten wir uns auch ein gerät leihen weil ich habe mir gedacht das sind so viele ballen gut wir können sie auch mit autoload machen aber ich wollte eigentlich mal probieren bisschen ohne autoload zu spielen deswegen holen wir uns vielleicht ein gerät wo wir die ballen automatisch laden und dann am feldrand oder da abstellen wo wir sie brauchen das wäre natürlich eine möglichkeit autoload würde auch gehen zur not aber da sind sie manchmal verpackt könnten sie zwar damit aufholen und dann damit abladen damit könnte ich noch klarkommen aber ich glaube wir haben wir noch verkauft wir haben den gar nicht mehr so zack das ist schön dann ist er voll zack dann machen wir mal die letzten strohballen raus und die eine halbe ist noch drin das sieht jetzt keiner die wird jetzt zu heuten gewandelt passt das und dann mittig fahren ja fast 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 da müssen wir ganz mittig fahren aber richtig mittig müssen wir da können wir ja fast da müssen wir in ansicht fahren dass das die mitte wird ah letztes mal was besser muss ich sagen letztes mal was besser ja mal gucken wie viele ballen auch diesmal rauskommen diesmal war glaube ich die doch das erste mal gedüngt ne wie dieses weiß ich zwar jetzt nicht genau aber ich glaube schon so gucken wir mal unser mann ist wie viel ist denn das 92% weizen ja wenn er voll ist können wir einmal hinfahren so uah und letztes mal haben wir auch hier vorne eine eine kleine schwarz gekriegt fangen wir diesmal nicht ne komm mal rum komm mal rum komm mal rum ja es passt sehr schön so fangen wir mal ein bisschen mit dem innen an sich hat der hat er nicht ne hat er leider nicht ich dachte er hat IC steuerung dann hätten wir mal ein bisschen die Frontscheibe aufmachen können aber hat er leider nicht aber wir müssen sie auch mal waschen ne der ist auch total potten dreckig selbst der fußraum da wird mutti da wird mutti schimpfen wenn sie wieder in den trecker steigt so da liegen auch schon ein paar ballen das ist sehr schön da könnten wir noch auf dem kurs machen wir lieber nicht bevor unser drescher doch darüber fährt über die ballen wieder wollte ich schon sagen dann machen wir auch gleich ihn an zum ballenpressen aber da warten wir lieber nochmal kurz so das haben wir noch einmal hier rum die letzte spur mitnehmen hier ist aber auch echt hoch ne ihr seht da geht die anzeige aber ruckzuck hoch was er da ein zieht seht er 4000 das geht relativ fix hier haben wir schöne die schwarte schön muss ich sagen ja gut da sind noch zweimal rüber gefahren ne muss ich sagen da muss ich sagen also nächstes mal machen wir auch drei schwad schwaden legen wir drei schwaden musstest du drei schwaden heißt es oder ja heißt es so ja ihr könnt ihr auch mal in die kommentare schreiben ob ihr irgendwelche verbesserungsvorschläge habt ihr wisst es sie sagt sie auch immer am ende eines videos könnten wir ja mal kommentieren oder mal ein feedback da lassen das wäre toll dass ich doch mal vielleicht mich mal auf eure wünsche ein bisschen anpasst vielleicht wird ja mal was anderes sehen oder bestimmte maschinen das kann natürlich auch sein so die schießen auch mal kurz raus könnte auch sein dass ihr vielleicht mal andere maschinen sehen wollt oder ohne dies oder das oder jenes ihr wisst was ich meine deswegen könnt ihr mal gerne in den kommentar schreiben was ihr davon haltet oder wie wir es gerade machen oder für alles zu derzeit bei belassen da bin ich für alles offen so und jetzt stellen wir den hier ab ja hier hat er echt viel darüber gelassen so da komm ich tanken jetzt einmal ab wenn du schon so lang fährst dann können wir schon losfahren das fällt war ja auch hier unseres hier liegt aber auch echt viel ne also dies im kreis fahren also die das vorgewinne das zieht echt immer gut zieht echt viel aber wir haben ja auch jede menge weizen haben also dann tanken wir dich mal kurz auf und dann fahren wir noch zum baue bürst dann kannst du weiter dreschen wir machen die plane rauf dass auch nichts weg fliegt und dann können wir kommen können wir hier schnell nach wir fahren doch nicht über das gekobert da wollten wir ja nicht mehr du hast auch sogar geparkt ne geschafft sehr schön so zu bauer löst das war glaube ich zum händler und vom händler die straße glaube ich links lang aber unser mann sie hat ja ein bisschen papier ist unter unter der hauwe deswegen kann er auch fährt ein bisschen schneller navigationssystem haben auch an bord so unser maisfeld ne alter alter da kommt was runter ich sag's euch da haben wir noch ein maisfeld ne wir haben zwei maisfelder haben wir noch oh ich wäre da fast dafür ich bin zwar nicht der freund vom drehschemel aber wir können uns könnten uns für den mann den anhänger noch holen der ist teuer ich weiß zwar nicht warum der kostet ich weiß nicht das zehnfache ne nicht das zehnfache das fünffache glaube ich was der normale mann kostet kostet 54.000 hänger müssen wir mal gucken hier ist unser anderes maisfeld ihr seht es da wächst der mais so und wir müssten glaube ich jetzt sind wir schon vorbei ne hier müssen wir lang genau hier müssen wir lang nur das schild mitgenommen hat keiner gesehen so hier nicht sondern durch die genau die müssen wir hier rein und da hinten ist es genau da hinten schon bauers gas aber er tut wenn er voll ist älter ist es ganz schön schwerfällig auf seine 80 km h zu kommen genau hier sind wir richtig so bremsen so und hier kommt das korn rein da können wir gleich rückwärts fahren äh die gibt es da rein das ist sehr schön ähm ich kann mir erstmal stehen lassen ich auch du wartest natürlich bis du abgetankt bist ne so können wir nochmal schnell zurück büsen das schaffen wir noch in der folge hier äh ja richtiger weg nicht dass wir die falsche abkürzung nehmen hier ist auch der ballenverkauf wenn wir zu viele ballen haben dann könnten wir da auch ein paar ballen verkaufen also das müssen wir sehen so hier links rum genau so links rum und dann sind wir noch einmal links oder nur noch gerade aus und dann sind wir schon wieder am Hof so rum und rum um die kurbe so wisst ihr was wir vergessen haben aber das ach das ist nicht so schlimm das können wir auch wenn wir es meist das schweinefutter hätten wir mitbringen können ne das schweinefutter hätten wir schon eine ladung mitbringen aber das ist noch nicht so schlimm ich weiß auch gar nicht ob wir wie viel schweinefutter wir reinschmeißen können oder wie viel das wird so müssen wir mal gucken das sehen wir gleich dann mal wenn man unsere ersten schweine haben wie viel schweinefutter wieder reinschmeißen können ob das skaliert wie viel schweine man rein tut ins gehegege also in unsere zucht oder ob das fest ist so genau hier müssen wir lang dann fangen wir mal wow fangen wir mal den bogen hier so wir jetzt sehen der schweinefutter mixer ist voll das ist sehr schön ich bin nochmal schnell wow so ach du stehst immer noch so super ne zack wow so und dann kannst du noch mal abtanken und dann kannst du schon nochmal leicht weiter fahren so aber wir sind am ende dieser folge ich danke euch auf jeden fall fürs zuschauen lasst kommentare da feedback daumen hoch wenn es euch gefallen hat oder ein abo das würde mich sehr freuen ich danke euch fürs zuschauen wir sehen uns in der nächsten folge bei let's play ls 17 auf der map sebasusum ich danke euch fürs zuschauen tschüss